Ich bin stoff, blöde, gründvoll. Aber das ist kein Ausweis, oder heißen Sie Malbau? Sind Sie da, Papa? Vom Kind her? Hoffentlich. Sehr gut, dann können wir schon schocken, oder? Dann haben wir schon leichtere Sachen verhaut. Haben Sie es eilig? Weil Sie so schnittig da vorne um die Kurven fahren. Gemäß der Verpackung hätten wir da eine schöne Uhr in Herzform. Allerdings wären wir relativ enttäuscht, wenn wir das kaufen würden, weil lauter Zigarettenpackungen drin sind. Was machen Sie hier? Was machen Sie überhaupt? Aber ihr kennt es ja auch auf alle Fälle. Weil sie ist... Es ist immer dasselbe. Also grad, dass die Karin nicht einen Heiratsantag kriegt nach dem Zoll.